Hey und Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Heute will ich euch den Super City Chaos Glitch-Steig oder Rampage, so auf Englisch. Genau, ich habe auch ultra schwierig 16 gemeistert damit. Ich bin jetzt mit Randoms reingegangen und dann zeigen wir euch den erstmal. Wir gehen hier rein. Wichtig ist, dass ihr einen Brawler habt, der Wände zerstören kann. Am besten sind El Primo oder Colt. Also ich bin einfach reingegangen mit 8bit und habe dann immer Randommates bekommen. Und hier so auf ultra schwierig 16 kennt die halt jeder. Okay, genau. Ihr müsst die vier Häuser da oben, die Unterreihe wegmachen und das Rechte von den Vieren. Wichtig ist, dass ihr die anderen da oben, also die Barrieren, wo man durchschießen kann, nicht kaputt macht. Und wo ich drauf schieße, auf diese drei Häuser, die muss man auch wegmachen, damit ihr nicht aufersehen auf die anderen Häuser geht. Genau, dann als Tipp, muss man nicht machen, aber damit ist es sehr viel einfacher. Wartet, bevor ihr wartet, bis der Boss vor gut kocht. Und damit er euch nicht angreift. Denn sobald der Boss unter 76% gelangt, greift er euch an und hier auf ultra schwierig 16 macht er 2000 Schaden, glaube ich. Genau, 2000 Schaden macht er. Und wenn er dann auf euch zurennt, dann seid ihr relativ schnell weg. So, ich greife jetzt auch extra nicht an, weil der eine angreift. Ich bin mir nicht sicher, ob das geplant ist. Oder so. Ja. Und jetzt sind es noch 10 Sekunden. Und dann, wenn ihr vor Wut kocht, könnt ihr einfach alles draufsetzen. Einfach angreifen. Nicht in Nahkampf gehen, weil sonst greift ihr euch an. Jetzt könnt ihr alles machen, was ihr wollt. Und wir sehen uns dann, wenn ich es geschafft habe. Also, wir sind jetzt bei 3-5% und die beste Kombi, würde ich mal selber sagen, wenn ihr im Team kriegt, ist 8-Bit, Pam und Colt. Natürlich kann man anstatt Colt auch andere Sachen, andere Rolle nehmen, wie zum Beispiel Bull, der mit seiner Old Aufwände kaputt machen kann. Und Pam, wenn ihr vielleicht die zweite Star-Power habt, dann ist das auch praktisch, weil Pam macht sehr viel Schaden. So, da hatten wir ultra schwierig 16 geschafft. Und so schafft man das ganz easy. Ganz, ganz easy. Genau, und... Ich habe das hier noch mit Mates gemacht. Und genau hier mit Pam geht es am allerbesten. Genau, was ich euch auch noch zeigen will, was passiert, wenn der Boss ragt und dass ihr genau das vermeiden sollt. Und warten, bis der Boss nicht mehr vor Wut kocht. Je später, also je weiter ihr seid in Ultraschwierig, desto öfter könnt ihr ihn jetzt angreifen. Aber er hat jetzt halt momentan noch, ja, in Anführungsstrichen, weniger Leben. Und so kriegt man ihn schneller auf 75%. Also hier einer, die Pam, der musste halt kurz weg und deswegen hat er irgendwie zu diskonnecten, hat er einen Autoclicker angemacht. Würde ich euch auch empfehlen, wenn er alles kaputt gemacht hat und er vor Wut kocht. Genau, und jetzt dann skippen wir mal kurz bis dahin, wo er vor Wut kocht, weil er auch, weil sie halt den Autoclicker anhat und der ganze Zeit Auto hängt. Genau, leider sind hier beide disconnected und jetzt wird er wütend, weil die sind jetzt alle sehr schnell weg. 1760 Schaden auf ein Ultraschwierig 13 und da kann ich leider dann auch nichts mehr machen. Dann, ich hoffe es war hilfreich und ich konnte euch weiterhelfen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal.